Oh, Saken! So, erstmal fliegen wir mal dahin. Mal schauen, was er uns zu sagen hat und wie es weitergeht. Sieht so aus wie diese kurzen Jäger-Dinger hier. Jeder Umgang. Lass sich einfach jetzt blaue Sachen erstmal an. Außer bei den Waffen vielleicht. Aber da probiere ich meine goldenen zu behalten. Und sie eigentlich. Aber ich bräuchte diese scheiß Faser. Tja, was muss ich erst sammeln gehen? Faserglasnadeln heißen die. Und ich glaube, das hat er nicht, ne? Was hat der da gehabt? Erstmal dahin. Hm? Sind die das? Hm, ich fühl hier gerade so's auf. Das ist immer noch undicht. Saken, wir wollen die Tät. Ein Busch. Was sagst du dazu, Freundin? Eine Hand, nicht die andere? Was ist das da? Glimmerkauf, nee, ist klar. Serapfin. Die Kinderwurst und Meisterkern. Ach du Scheiße, das bräuchte ich auch irgendwie, ne? Meisterkern. Wunderbar. Kann ich denn nicht eingehen, wie viel ich kaufen möchte, anstatt für jede einzelne zu drücken? Ach, für jede... Naja, aber dann könnte man noch eingehen, oh, will so und so viel und feiern. So muss ich tausend mal aufrecken. Also cool, einer hat das eigentlich verkauft, Mann. Wir haben uns so totgesucht auf dem Turm, ey. 20 Stück. Das ist aber echt viel, was sie wollen. Wunderbar. Einmal über den Waffen, wenn ich das jetzt mache. Ich freue mich stets über deine Waffen gefunden, die mir gefällt. Deswegen behalte ich gerne meine. Und tu es einmal. Was hast du da draußen gesehen? Spider tut so, als würde er uns einen Gefallen tun. Aber er steckt genauso in der Klemme wie wir. So. Gut. Mit wem gehen wir hier weiter mit der Geschichte? Hä? Die sollte ich doch auch eigentlich ansprechen. Das mit Kate tut mir leid. Er hat es nicht verdient zu... Was ist das für ein Bogen? Und mein Volk ist am Ende. Aldrin hat alle getötet, die sich ihm unterwarfen. Der Rest hat sich verstreut. Doch noch ist es nicht zu spät für Rache. Hier. Dieser Bogen kommt aus der bestianischen Waffenkammer. Nehmen wir die Sache in die Hand. Was müssen wir da für machen? Die Rache wird unser sein. Dafür werden ich sagen. Mit dem Bogen, ja. Ich will gar nicht wissen, was die dafür wollen. Die Träume werden schlimmer. Die Träume werden schlimmer. Und dann kann man den Farben wechseln. Aber das ist nicht dieser Bogen aus diesem Ding. Komm mal, Präzisionsbeikant mit Klimmatt war verbessern. Die Könige sind bewertet, mir den Schutz des Wachturms. Dieses Versprechen muss ich halten. Wie läuft die Jagd? Es geht schneller, die zielfreulichste zu benutzen. Kurzer. Was sieht der denn in meiner Farbe aus? Ich mach den in meiner Farbe. Warum nicht? Guck, wie schön in meiner Farbe. Cool, den muss ich ausprobieren. Ich will schon geil mit Bogen. Willkommen zurück in Spiders Netz. In Spiders Netz. Wo denn? Bei wen? Bei ihm? Wo hast du die Beutezüge her? Ach, der Spider. Spider-Man. Wo hast du ein Auge geworfen? Willkommen. Die Feinde besiegen. Feinde besiegen. Aber nur die mittleren, ne? Aber das ist ja ein besuchte Beutel. Wunderbar. Die kann man nicht nehmen, ne? Oder? Ach, 440. Die oberen hast du auch genommen? Ach, die dürfen wir nicht. Okay, nur die mittleren. Ach so, okay. Gut. Wie geht's? Ja, der war hier in der Ecke. Ja, ja, den hab ich. Leute, wenn ihr hinkommt, hier in der Ecke ist so ein kleiner Geist, den man sammeln kann. So, und weiter geht's. Wir haben einen Bogen. So gespannt, ey, wie der ist. Das ist ja komplizierter Weg hier zu ihnen, ne? So. Und wie geht's weiter? Machen wir jetzt die Geschichte weiter, oder wie? Erfugkoll. Kleine. Erstmal Gewöhnungssache, damit zu schießen, aber erfug. Julian, wie? Schießt er damit? Boah, der war gut, ey. Der ist aber auch geschossen, ne? Der war schon nicht so tief. Was ist denn, ne? Ich kann sich erst mal dran gewöhnen, wie er wirklich funktioniert. Kann auch, glaub ich, auch einfach so, ne? Man muss nicht zählen. Also nicht nerd. Das kann man hier auflassen. Ja. Du kannst es machen, irgendwie, dass du schneller schießt, oder die Falle nicht. Okay. 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 Ist schon Gewöhnungssache, aber ich geh' immer. Wo müssen wir denn eigentlich jetzt hin? Ich seh' hier gewöhnen. Ne, wegen der... Ne, wegen der Geschichte, meine ich. Ach so, okay. Gut. Zu den hinteren. Junge, auf wegzulaufen. Oh, scheiße. Guck mal. Oh, Kies, ey. Ich hab' die Beutezüge jetzt veröffentlicht. Guck mal, jetzt waren diese komischen Sachen da drin. Sparrow's, hier, Dingslar. Äh. Goldener sogar. Da ist tot. Die goldenen Leute. Ich mach' das mal schauen. Hab' das ja so gewollt. Gieß' der. Wie viel hier die Bähse? weiss ich glaube ich auch so ein Moschito ein kolden auf ein moskitos habe ich auch noch nie gesehen ja ja hat sich da versteckt den ja 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 Du bist nicht unterwegs, dann. Was machst du denn? Ja, der heilt die hier. Und der wird, der wird, der wird. Was hast du für eine Spirale gefunden? Echt? Krass Was ist denn eine Spirale? Ich höre hier nichts Ich weiß gar nicht, was ich noch schon geschafft habe Keine Plane Noch gar nichts Wie schön Kabale, Schar Brauchliche Routen Öffentliche Events Ja Was sind wir jetzt? Ist aber jeden Ja, war schon nicht Da oben, wo wir Kabale finden Hm? Oh, wieder Kiesch der Ich muss halt am Tag Irgendwann töten ja Ich hab noch nicht mal einen Dingser gesehen Noch nicht geschaffen Da ist ein Dingser, der kann uns eine Feder geben Glaub ich, oder? Ist das so ein Tief? Ein Goldener gewesen Dazwischen Ich weiß jetzt nicht, ob das So hoch Das ist doch von Weitem gut gesehen Wir Federn Was ist denn hier los, ey? Mach hier so dieses Ding in der Mitte zum Sammeln Was ich zeigen wollte? Einfach, dass man hier vorbei ist, kann man sammeln Lass mal sammeln Ich hab das gerade angefasst Dass das gleich weg ist Federn Ah, der gibt aber auch Federn Also immer diese goldenen Goldenen Oh, Schies Sommeln wir doch mal die Federn mal richtig vorm Boden, ne? Was ist denn? Achso, okay Da liegt noch eine Feder Ach, du bist wieder Ach, komm gleich noch Ja, rein können wir noch mal aner Mal das Fahrzeug über rufen Danke Alter, doch nicht auf den Sperr Äh, du, ey Das Ding hier haben und die Kletter doch auf den Sperr Du bist dann natürlich so nah war Die hat jetzt auch mein Sperr geflossen Ich sollte gerade einsteigen Ich muss hier volle Feuer wehen Haha Was ist das denn? Das ist aber nichts im Sammeln, oder? Na, ich würde sagen Was ist das? Was ist eine Scheiße? Achso, schade Ja, die sind scheiße Die Idee Was ist denn hier hoch, hm? Hier ist ein Eingang Hier ist ein Eingang Das ist ja voll geil aus, ja Guck mal hoch Wo bist denn du? Achso, ich bin oben Im Dach Mitte Ich weiß es nicht, ich weiß selber nicht was ich alleine Guck mal, da ist eine Kiste Wo wollen wir denn da rein? Kannst ja nichts von mir kommen Verstehe ich nicht, wie kommen wir denn da hin? Ich habe eine Lücke Ich werde reinklettern gehen Ich werde reinklettern gehen Ich werde reinklettern gehen Ich werde reinklettern gehen Ich frage mich gerade, wie wir da hinkommen Ich bin wieder wieder einer geboren Kannst ja stehen bleiben, wenn wir den gleich töten Aber wie kommen wir denn da rein? Irgendwie war's offen Ja, da hast du dich Was ist hinter dir tragen Ich bin wieder Nein Was ist da runter? Was ist hinter dir? ein ding aber nur nur beten ja dann aber auch mal aber leck am boden dreck ja lecker heißen was du heute denn wer betet denn da kommt man er bietet auch solche schön anbeten dass viele ja schon was aus ja 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 in gang gehen wir haben es noch ein weh an der länder jetzt hier dann gucken neue lor entdeckt kreis du scheiße beten beten da den kreisern dahin auch den kreisern oder die zeit ja auch was mal hier ich habe einen geist gefunden jetzt komme ich da nicht hoch ein kleiner geist danke dass du mich schubst ich komme jetzt dahin ist ja immer auf frischen die luft kommen dürfen wir gar nicht dahin ich bin da runter gegangen ach da jetzt runter habe ich gleich gesehen das ist ja was ist das was neues zum sammeln hallo wie sie spielen gehen groß nahm über die großen sie sehen wie viel kraft ja oh scheiße was du darfst du fast zu ende und der kreischer bringt mir um alter also und dann gleiche sollte man nicht wenn man sich super nach dem kreischen maschine nicht hier oben ist von 20 treppen und das schon gegen die wand denn hier angebetet was ist das denn hier für eine tür die geschloss dran ja die sprache verstehen werden weiter so wer kommt denn da denn dass ich gesehen dass man darunter gehen kann wo stehst du da und wie viele schar haben wir getötet wir sprechen jetzt kurz ein moment annehmen 13 535 warum so wenig wir haben doch mehr immer die das jetzt nicht doch wohl viele getötet komisch oder 366 jahre bekommen was ist das denn 363 automatik was ist das mikrofasische datengitter was soll ich weiß oh man warte auf mich komme jetzt können wir ja den anderen weg gehen jetzt gab es ja zwei wege hier einmal hier rein und einmal von der seite komm ich hier weiter hilfe ich verlaufe mich gerade oh das war falsch war doch richtig die kam doch von hier oder nicht doch da die lücke da verwirrend in dieser dunkle die rutsch und müssen wir zwei stück machen oh nein sollen wir das erschaffen 28 27 26 und sagen sie 25 ich werde mich doch am arsch und ich werde glaube ich wohl auf dem boden jetzt aufklatschen boah das ist jetzt nicht gestorben ne wunderschöne ist überhaupt jemand hier auf diesem land oh hier ist so eine dienste zum sammeln komm mal her, komm mal her, komm her, komm her, komm her komm her, komm her, komm her komm her, komm her wo bist du denn? hier oh keine Ahnung, werden wir irgendwann mal, oh Gott eine goldene Uschi ist schon da sagen wir mal lieber, wie wir diese goldene Uschi jetzt töten sollen wo ist die denn? ich versuche es gerade oh Feder, Federhahn, meine Federhahn, meine Federhahn, meine Federhahn, meine Federhahn jetzt öffnet sich das ding und da kommt was raus? ach so scheiß im prinzenkönig ja ne Ahnung gesuchter prinz von jule denn wir fast nichts nichts aufziehen oder boden ist lava nein nein ich stürze ab ich habe das nicht gesehen dass die kippe ist toll wieder rein ich komme wieder rein ist er denn jetzt wie wird er denn töten wenn du den tötest kommt der gesuchte prinz von aber auch scheiße heute das wort ein schiff ist bei mir gelandet ruhe und gott und der boden scheiße kann mich gar nicht konzentrieren auf der ist wie ich habe gerade voll ab mein leben die dürfen da drauf rumlaufen natürlich so keine bazooka mehr was machst du denn hier um zucker wär gut wenn ihn schaffen wir können ihn schaffen okay das war schon mal nicht hier ruhig ja nicht nur mal lernen wir lernen das schon wie viele fehler liegen oh gott erst mal tauchen die alle hier auf und dann fangen sie sich was war das denn jetzt was hab ich denn ein geistfragment geistfragment als w 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 wir haben jetzt so viel schar getötet wir haben eine schar getötet mütter gefallen ich muss eben ein bisschen anders aber schaum ist natürlich ein beutezug abschockt ist mehr schaum das hätte ich hatte das ist ich habe die pflanze gesehen darum diese eine pflanze ich wollte mich machen hier ich bleibe euch auch nicht die ganze zeit richtig nicht dadurch ja eine jahr einfach genommen nicht zu warten wir mal hier rüber vielleicht kommt ist das denn deine mitte interessiert mich jetzt wässer bist du ich muss mir erst mal anders auch nix normaler ritter 015 was sind die hier hinten die kabale wo ich hingehe du bist total in anderen mehr du kommst auch eben so ein blümchen sich sagt mir bescheid ich muss mal einsammeln ich dachte ich schaffte so mit dem sprung in die tiefe gespürt wie geil ist das ist vorne von der truhe und für seine pflanze du bist da hinten und diese truhe und so wieder weiß ich nicht von gehalten in dieser pflanze und so natur und hier ist noch so eine jeder die sich das denn ob ich das fertig habe wohl irgendwie reagiert das gar nicht auf diese blühe können wir dann auf dings verdrücken auf abgeschlossen annehmen annehmen drei stück habe ich noch öffne hier wenn es einer schere erschaffen späer schaffen eine kabale noch was hast du level 33 jetzt nächster versuch nach da hin zu kommen das ist ja geil ich wollte ich auch vor zwei den pflanzen ach gut dass ich gestorben bin wundertruhe ach ja das ist alles ein bonus fängt das wieder an gibt jetzt einen bonus der destinies boah aber voll geil das ist hier ne voll groß das handaus gemacht haben wir denn hier ja hier ist allerdings da gleich event ecker bad event ja na du hast brauchst du sehen dass wir alles schießt denn hier auf mich alle lange dauert das eine minute nur was ist denn hier reinfallen ich dachte ich fällt da rein guck mal wie cool das aussieht da kann man alles sehen von oben nicht schlecht gemacht muss man schon sagen hat sich bungee ein bisschen mühe gegeben hier ist es mal eine plurie unten was ist verloren oh scheiße auf der plurie darf man nicht hin da verbrennt man scheiße was das ist sogar so versteckt den weg irgendwo hin und flirre sollte man nicht drauf treten wie hoch ich bin oh jetzt sind die was machen die denn hier äh ich hab gleiches problem oh noch kleines wir schon sind da überhaupt korrupten oder wie aus neuen oh der ist tot und hat federn da gelassen und eine kiste aus dem aus dem aus dem runter kommst du die kiste kurz öffnen obwohl sie gleich weg ist schuhe drin gewesen was gibt es denn hier vielleicht kommt wieder ihr so viel hier raus nein was sie anschießen nein was kommt denn da aus der kugelgei auf warte mal auf ihr hundchen irgendwas muss man doch hier kaputt machen können oder so was hier ruhig wird ist ja schon wieder einer ok der ist etwas stärker ok wo kam der eigentlich her ja oh scheiße wie geht's denn hier lang ich falle mal in irgendwelche lücken komm hier ist der boden so komisch wie machen wir das hier ruhig er ist ja wieder da rausgekommen auf so ein Eiweiß ist es denn hier ja sie wird nicht der einzige die irgendwie irgendwo rein stehen die irgendwo rein liegt oh shit ich bin hier nicht der einzige die irgendwo rein liegt oh shit die leutertug geschlossen Ruhe. Ach, scheiße. Ich ist aber gleich tot. Ah, der ist tot. Äh! Ja, ist klar. wie lange die mal bleiben wenn der bus gestorben ist dann hat das ja mit den event haben wir plötzlich jetzt da hinten auf hinterm berg da so ein ding gesehen hier ist was kann man gleich sammeln ich muss mal ganz kurz gucken 373er handschuhe das ist jetzt hat das recht später wenn es nicht mehr so viel geht 364 kopf krieg ich wenn ich möchte nicht waffen kriegt man aber nicht so schnell hoch also ich wollte gucken wie viel kabel ich noch brauche ich habe alle fertig jetzt muss irgendwie dann super hoch bringen viele kugelchen musste denn noch gebären aber macht macht das so drinnen egal dafür ich muss ja nur noch einmal deine super ich finde auch die viecher respawn eigentlich recht schnell hier muss ich schon sagen jetzt gibt es einer der hier spielt und da ist noch einer das ist der der responde ist auch da ist was zum sammeln wieder so die pflanze auch oder das ist mir leider heute auch schon einmal passiert das nicht hier was ist das denn guck dir das mal an oh der heilt ja alle oh wie viele hier und da sind die die wir auch brauchen aber die töten sich gerade kabale gegen und die sphären und federn federn feder party ich wollte wieviel federn und hier ist ne kiste hast du was gebracht ok dann schaffen wir das ich habe auch schnell meine supermacht voll warte mal ich könnte eigentlich meine super einsetzen gleich wirst du dort die sphären sammeln eigentlich hier sind federn wo ist die kisten mangelt sie nicht hier ist eine komische höhle das wollte ich dir eigentlich zeigen ich meine super einsetzen sind da genug zum töten da habe ich mal die pflanze gesammelt was war das du wirst bei der jagd sicher auf wertvolle ressourcen stoßen ich habe ihn jetzt fallen gelassen ja 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 das sind welche da ein dickerchen ist gelandet so schuldig ich wusste nicht dass es sofort eine super interpöckel einstürzt wird viele tag da 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 das ist gut das sein teleportieren zu dem liebes mutter wo sind wir denn was ist das denn die müssen und ab da weit gereist weit gereist weit gereist also kann ich mal ganz kurz was gucken ich mache ich mal an So, wo ist er denn hier? Hier reinlaufen, ne? Ne, warte mal. Hier müssen wir nochmal. So, schauen wir, was er uns erzählt. Jetzt sind wir Freunde. Jetzt sind wir Freunde. Und ich bin Freundschaft ernst. Sehr ernst. Sieh mich nicht so an. Ich würde nie etwas von dir verlangen, das nicht auch in deinem eigenen Interesse wäre. Vergiss das nicht. Kommen wir zum Geschäftlichen. Ich verrate dir die Verstecke der Barone. Die ich wirklich sehr gut kenne. Denn bis vor kurzem gehörte alles noch mir. Ich werde mal ganz kurz was gucken. Der Bogen ist 410. Hammer. Ich habe nie sowas hohes gehabt. Das ist das erste Mal sowas hohes. Also der höre jetzt, meine ich. Ich bin fertig. Ich bin dir sicher, dass du unsere Freundschaft ansprechend finden wirst. Gute Wahl, meine Liebe. Dieser Wahl stimme ich zu. Verschafft ihr Respekt in der Burg. Wenn Algen es auf dem Wachturm abgesehen hat. Das darf nicht passieren. Auf keinen Fall. Eine schlechte Investition. Eine wirklich schlechte Investition. So, sehr schön. Gut. Ich sag mal erstmal, bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Bye, bye. 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 Bye, 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 bye. Vielen Dank.